Das war's für heute. Vielen Dank. der Strip Festivale aus Kester Novog und benutzen wir uns für den Projekten, der Film Center in der Grüne Goren, mit dem British Council, mit ein paar Monaten zu arbeiten. Der Plan ist für die nächsten drei Jahre, wo es sich um denizenden Rahmenbedarf zur Überzeugung, das sich um den 불�igen Fremde zu 2016, um die Möglichkeit, von Fremde, das ist eine Funktion der Figur im FilmCI, an in Bezug auf die Wahl gegründete sind vor ein neues Feldegener Bereich. Die Musik in den Kliniken ist ein Alters bilden diemiferation der Kontrolle Ich glaube, dass der Film Center in Crne Gore nicht mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Partner für die Kreativität in Crne Gore ist, als die British Council und die Britannische Ambasade in Crne Gore ist. Ich freue mich, dass ich heute hier, während wir das Neuropatnest-Geräusche zwischen den Britannischen Ambasen und den Centrum im Crne Gore ist. Diese Erwartung wird über die Filmindustrie und die Kreativität in Crne Gore ist und die Kreativität in Crne Gore. Und das ist ein von der Kreativität in den Kreativität in den Kreativität in den Kreativität in den Kreativität. Versuch wir die Pilafs-Geräusche und den Kreativität in 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 den Kreativität. Manciaute da rozviere talente, kroz rozvoj nachsendem plana i programa, koji će učenicima i studentima dati nove bistriny, koje su potrebne filmskou industrie. Britanský Saviet, Red sa filmskom centrom na doveženiu vodečich britanských stručniaka u Cerngoru, dass dieser Ziel ist. Die heutige Auslösche hat uns die erste Prüfung dass wir hier unterstützen die kreativität der Industrie. Die Auslösche ist heute der Auslösche von Griechanskog Umwelte Williama Simpsona, der Storyboard-Umwelte für die Gäste. Die Kreativität ist ein sehr regionales Projekt der Britisch Kanzel und er hat 15 zemal, aber das für uns ist das nur noch der Zusammenarbeit mit der Filmske Center im Jahr 2019, als Ministerstvo Kulture hat die erste Konferenz der Kreativität von Griechanskog in der Kreativität von Griechanskog der Kreativität von Griechanskog von Griechanskog von Griechanskog von Griechanskog von Griechanskog von Griechanskog Kreativität von Griechanskog von Griechanskog von Griechanskog von Griechanskog von Griechanskow von Griechanskog Verschle sondern auch die Stakeholder, die wir uns mit unseren Gästen zu sprechen und in einem Dialog, wo wir uns mit einem neuen Weg finden, und wir finden einen guten Weg für die Ausbildung. Vielen Dank. Das ist es noch mehr als ein Mesec, der 7. Epsilonski Stake Weekend, für die wir uns mit dem neuen Partnern, im Filmzentrum im Crnoj Goren, sein Kerstin und die USA. Der Kerstin imdund von 2007. der der Kerstin – das ist in 15 Stunden zu machen. Das sind wir, die in den letzten Jahren. Die Lieblings-Kerstin haben bekommen für ein Strikfestival. für den Strip Festival und die Autorin des Plakates sind die meisten weltweit imen in der Strippe und auch in der Filmske Industrie. Die Leute, die für unsere Manifestation haben, mit Herzig-Novem, sind zusammen mit unseren Strippern, mit unseren Strippern, und das ist eine große, schöne, komische Musik. Unsere Organisation ist, dass wir einen großen Kulturnen Dogen im Herzig-Novem in Crnoj Gori, dass wir die Strip-Borren-Borren als Strip sind, und jetzt ist es, dass er Strip meistens auf der Strip ist. Warum? Er hat es, weil er von Spone mit Filmen zu verfolgen. Hollywood hat Strip er geplant, das er in der Strip braucht, das er in der Strip braucht, das zu sein. Strip ist er in der Strip er geplant, das das für Film. Er hat ein kurzeres, ein und aus dem Scenen, aus den 70ern, 70ern, 90ern. Es gibt Dinge, die man sich nur noch zu adaptieren, und neue Technologien für Film. Daher ist der Fall der Bob Buster. Sie sind heute mit Superheroien. Wir haben einen Film Center, British Council, und den Film Festival. Ich hoffe, dass sie lange dauern. Es beginnt mit diesem Film, und danach, auf 7. Film Festival, wo wir ein Masterclass aus Storyboarding. Mitigin ist es in der Region. mit dem System der Interessen in der Bildung arbeiten, mit dem Titus Es ist ein Teil des Kursbis, der ist es zu sein. Er ist ein Teil des Kursbis, der ist ein Teil des Kursbis, der ist ein Teil des Kursbis, dass sie sich die Leute, die auf die Welt arbeitet, die in der Kursbis, der ist ein Teil des Kursbis, der ist es für Neid. Wir haben einen Teil des Kursbis, die wir in der Kursbis, die wir im Ausgürbis unterhalten können, und auch in einem Auditorium aus diesem Teil des Dieners. Wir werden uns auf die Storyboarder und die Veranstaltungen in den Films und die Veranstaltungen in den Films. Wir werden uns auch darüber reden, wie es um den Film zu machen, und was es bedeutet, dass der Film, wie ein Haus in den Films zu finden, in den Films zu finden. Untertitelung des ZDF, 2020